Guten Tag, guten Abend lieben Geschwister, wieder einmal wollen wir euch einladen und zwar wieder zu Bibellehre. Wir haben uns vor kurzem, vor kurzem Februar für Bibellehre getroffen, natürlich wollen wir da auch weitermachen. Die nächste Veranstaltung ist für den 14. und 15. März, wieder ab 10 Uhr in Stuttgart, Hölderäckerstraße 4 in 70 499 Stuttgart. Wir werden natürlich auch die Informationen wieder posten, eine Telefonnummer für Leute, die Fragen haben und natürlich auch eine E-Mail-Adresse. Ihr seid alle herzlich eingeladen, jeder, der das Wort liebt, jeder, der im Wort wachsen möchte, jeder, der einige Dinge verstehen möchte, das ist jemand für jeden, der den Herrn empfangen hat und die Grundbasis ist jemand im Wort, wie sie will. Der Herr hat gesagt, geht in alle Nationen und macht aus allen Nationen seine Jünger und tauft sie und lehret sie alles, was ich euch beigebracht habe. Und das wollen wir gerade machen, das wollen wir machen, also wir wollen einfach das, was wir können, wir können nicht alles, aber das, was wir können, wollen wir weitergeben. Und zwar umsonst, ihr seid alle eingeladen für die Lehre, am 14. und am 15. März, ab 10 Uhr geht es dann los. Bringt eure Hefte mit, bringt die Bibel mit, bringt gute Laune mit, natürlich wollen wir beten, wenn wir Lob preisen, wenn wir preisen und das Wort teilen. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017